Bastard, ich. Er hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Er ist einfach ein Arschloch. Hey, guck mal, ich fahre weg, ey. Der fährt ja nichtmals. Volles Stück. Ja, guck mal, natürlich wieder hier. Ja, was ist das denn? Ja, danke. Okay. So. 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 Ja, ist okay. Komm, komm, hoch, hoch, hoch. Nein! Okay, aber hatte gezielt, jetzt steh auf. Hin mit dem Arsch. Okay, hör, hör. Schon wieder. Alter, das funktioniert nicht mit seinen... Das ist echt ein Behindertakt-Dreckspot. Da kann man nichts anderes sagen. Für so eine Scheiße, wo man hier rundherdüsen muss. Und zum anderen, na, wie soll man das denn machen? Ich hab hier so wenig Platz. Und der hat offensichtlich eine Kamera, die ungefähr einen Meter weit filmt. Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Hey, geh durch die Mauer. Sie sind doch extrem ein Scheiß. Hat halt ein paar Tricks nicht drauf. Der Sack. Der eh nicht verdient. Der fliegt auch mit 35 Tricks. Der guckt doch keinen Schwanz hier an. Oh, es regnet draußen. Endlich mal. Den ganzen Tag angesagt. Außer Reichweite. Hab ich begriffen. So. Liquid Manual. Wetter hier. Danke. Auch wieder der Grindel. 180 Grad. Das Blödsinn ist natürlich... Ich raff hier auch nicht, wann der anfängt mal zu grinden, weil der mal Lust dazu hat. Aber das ist hier genau so eine Scheiße. Alter, das... Ey, ich... Ich bereue jetzt schon, dass ich das alles auf Krankenstoffe möchte. Aber ich könnte das auch nicht anders tun. Das ist das Problem. Es scheint aber wirklich die gleiche Reihenfolge zu sein. Das hier im Ritz kriege ich ein bisschen Plan. Weil ich bin viel zu aufgebaut, um mir jetzt hier irgendwie eine Strategie auszudenken, wie ich das jetzt am besten lösen kann. Okay, der war ganz geil. Okay. Das heißt... Grind. Grind. Web-Trick. Manual. Flipped-Trick. Manual. Oh yeah. Grind. Alter, fick dich ins Knie. Du bist echt ein Arschloch. Weißt das eigentlich? Wie soll ich denn sonst grinden, Alter? Das ist ein richtiges, dreckiges, schwimmbeckengroßes Arschloch. Okay. Hä, hä, hä. Ja, okay. Aber der hat noch gezählt, ne? Komm her. Flip-Trick. Manual. Und Grind. Web-Trick. Manual. Flip-Trick. Flip-Trick. Okay. Zack. Alter, Alter. Wenn du jetzt ein Sportgrindest, du Penner, ne? Grind. Web-Trick. Manual. Flipped-Trick. Manual. Und Grind. Okay, Moment. So. Das sieht ganz cool aus. Vielleicht. Scheiße. Scheiße, scheiße. zurück. Alles war das okay. Okay, zurück zum Spiel. Heiliger Bimba. Meine Fresse. Meine Schwere Geburt. Ich sehe aber auch noch einen anderen Pfeil. Zu dem ich gerne erstmal hin möchte. Tak, 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 tak. Tuka, tuka, tuka. So, guck mal. Guck mal gar nicht hin. Ihr seid ja lustig. Schule. Warum habe ich denn dann hier schon hat den hier schon wieder im Koffer hingestellt. Habe ich hier irgendwo eine Statistik oder sowas? Skate-Option-Ergebnisse. Äh, was? Ach, da. Ah, okay. Wer ist Nummer 200 eigentlich? Chris George. Okay. Bim, Sponsor. Warum habe ich keinen? Was ist das? Neun haben. Wer ist Nummer 1 eigentlich? Tony Hawk. Steh, 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 stehler. Mike Backe? Okay. Kenn ich die? Ne. Ist das überhaupt irgendein, irgendwo ein Profi? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, okay. Stats. Nein. Okay, Go-Hind ist ganz gut wegen der scheiß Challenge. Manuel ist gut wahrscheinlich wegen der scheiß Challenge. Und Spinn ist ganz gut und Warwight auch ein bisschen. Was muss ich hier für machen? Ah, okay. Wahrscheinlich Special Tricks, die ich noch gar nicht machen kann. Okay. Rekorde. Oh. Doch schon so viel. Okay. Nun. Da haben wir noch ein bisschen was vor der Brust, wa? Neun Profi-Challenges nur. Gibt es hier mal Anzeige, wie viele Spot-Challenges es gibt? Ich brauche mal irgendwie, irgendwie... Ne, ne. Ich möchte noch nicht in mein Zimmer zurückkehren. Irgendwas, wo ich mal sehe, wartet, in welchem Level es gibt, ne? Das fände ich super, aber das sehe ich leider hier nicht. Spieloption? Ne. Reads. Aber ich weiß mal, die Level-Ziele werden wahrscheinlich auch die Spot-Challenges sein. Okay, aber hier scheint es erstmal nichts zu sein. Also, ich muss einmal zurück. Zurück, zurück. Äh, mal kurz überlegen, wie ich da über den Tinker und komme ich von da? Kann ich mir grad nicht vorstellen. Oh, ich fahr mal da lang. Mal gucken, was passiert. Ah. Okay. Durch da! Da kommen wir noch hin. Und sowas macht ich ja früher auch wirklich super gerne. Also diese Sachen so, ah, da komme ich noch nicht hin, aber da komme ich bestimmt irgendwann noch hin. Ach, komm. Hölle, hier nimmt mich nicht voll. Es gibt hier vergleichsweise echt wenig Stats, ne? Früher gab es halt nur einen Flip-Wert und sowas. Komm schon hier wieder raus, du. Okay, da ist Ende, Gelände. Da, guck mal, der sieht doch gut aus. Da bin ich hin. Das. Darf ich nicht. Will er nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich zurückkomme. Das ist gut, ne? Ich hab doch jetzt schon alle, wenn ich eigentlich abgefahren bin. Ach, da hinten, Entschuldigung. Vielleicht das Treppengeländer hoch. So. Forced that. Da sind ein paar neue Pfeile, glaube ich, hingekommen, ne? Müssen wir natürlich erst mal... Oh, Moment, Moment. Ah, hier ist mein Zimmer. Ne, da will ich gar nicht rein. Glaube ich. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, nail the trick. Challenger. Schau, woher kommen wir erst mal weg? Nail the rotation. Je genauer tue ich den linken und rechten Sign nach oben und unten, links oder rechts bewegst, desto schneller dreht sich das Board. Hier ist Board 5 volle Umdrehungen und erreiche 10.000 Punkte. Okay. Machen wir mal, würde ich sagen, ne? Wie viele Umdrehungen... Wie sieht das denn aus? Okay, es waren schon mal 3. Schon mal gut zu wissen. Ich glaube, ich sollte vielleicht nicht diese Drehungen nehmen. Ich sollte lieber die Kickflip-Drehungen nehmen, oder? Okay. Ja, das hat ja super funktioniert. Ist das so ein Drehungen? Au! Eins... Zwei... Hey... Drei... Oh, scheiße. Okay, wie soll ich das denn machen, man? Hm. Was stand da als Tipp? Da muss ich mir gleich nochmal durchlesen. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Fünf... Ey, bitte! Das waren fünf Umdrehungen. Fick dich! Ernsthaft! So, nochmal. Eins... Zwei... Drei... Achso. Ja, okay, vielleicht hatte ich gerade nicht 10.000 Punkte. Das kann natürlich sein. Eins... Zwei... Drei... Vier... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui de alright. Fünf... Ja, okay. Sechstausos natürlich. Eins... Zwei... Was zum? Das war gut. Eins. Zwei. Okay, das verstehe ich nicht. Was ist dein Problem? Warum hörst du auf damit? Eins. Zwei. Drei. Oh, scheiße. Vier. Selbst das hat doch nicht gereicht, okay. Eins. Zwei. Drei. Ah, shit. Okay, ja, ist okay. Scheiße. Eins. 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 Vier. Ja, fuck. Bringt nix. So, nochmal. Eins. Zwei. Drei. Ich verstehe, also ich würde gerne irgendwie so ein Zähler dafür haben, wie oft sich das Board jetzt dreht. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ach, zu früh, okay. Okay, das war aber ganz geil. Ja. So wie gerade muss das sein. Zwei. Ja, bringt auch nix. Komm, Baby. Wie hab ich das denn gerade geschafft, dass er sich so geil gedreht hat, ey? Das will ich nochmal schaffen können. Neuer Versuch, okay. Ich dachte, ich krieg das vielleicht nochmal erklärt, leider. Also, was heißt leider. Ich wäre froh, wenn ich das erklärt bekommen hätte. Ja, ist okay. Das muss ich so schnell drehen wie gerade. Eins. Zwei. Drei. 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 Ach, fuck you. Echt? Machen wir erstmal weiter. So, dann gehen wir jetzt nochmal Ziel neu versuchen. Ach, Scheiße. Ja, okay. Eins. Zwei. Ist das Leben nicht schön? Ist das nicht wundervoll? Wo bin ich ungenau? Bei welchem das Ziel ist, bin ich ungenau? Ich guck mir die gerade an. Und kann es nicht mit dem Finger drauf zeigen. Weil der eine war richtig gut, ey. Schnell, wie sie das da gedreht hat. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Aber andersrum. Also sehe ich das aber nicht so gut. Scheiße. Ah, weg mit dem Bein. Perfekter Flip. Was heißt perfekter Flip? Oh, Scheiße. Okay. Das sind immer perfekte Flips, ne? Oh, der war nicht so gut. Der war nicht so gut. Alles klar. Der war auch nicht perfekt, okay. Mann, ey. Und sonst, wie geht's euch so? Habt ihr heute noch was vor? Ich hoffe nicht. Das kann auch ein bisschen dauern. Ach, komm. Ich weiß nicht, was ich noch machen könnte. Ist vielleicht vorher ein bisschen, äh... Special holen, damit ich sich das auch, äh... Lohnt halt. Damit ich ein bisschen höher bin, oder... Ach, keine Ahnung. Ich hab schon lange keinen perfekten Flip mehr gehabt, ne? Na ja, immerhin 7.000 Punkte. Muss man aber so sehen. Puh. Okay, nochmal. Ich weiß aber auch nicht, warum die Flips manchmal perfekt sind. Manchmal nicht. Ah, guck mal. Der ist perfekt. 1, 2, 3, 4, 5... Yes! 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 Puh. Geht doch. Himmelarsch. Ach, Gott. Noch eine Aufgabe. Hier sind wir schon bei 7,5%. Ist das nicht schön? Aber bevor ich jetzt zu der Hauptquest zu rede, würde ich eigentlich lieber erst mal... Was bitte? Hey, ob's geht. Ich gehe erst mal zu dir. Was kann ich für dich tun? Mit Maskottchen reden. Klar. Probier einen Olli über mein Fernlingauto, wenn du kannst. Hä? Ja, klar. Okay. Wow! Cool, move! Hey, vielleicht, wenn du mit meinem RC-Core gehst, kannst du genug Zeit, um die Rampen zu fliegen und die Gait-Switch aufzunehmen. Okay, raus aus der Vorstadt, skitsche am Wagen und mach einen Olli von der Rampe herunter. Dann der Warpill gegen den Sicherungsgast. Okay. Was? Oh, stopp.